Ich rufe Tagesordnungspunkt 29 auf, Antrag der SPD betreffend internationale Bauausstellung Rhein-Main, Tagesordnungspunkt 24, 13, 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 69, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die GRÜNEN betreffend Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main gemeinsam entwickeln, Drucks. 1929, Drucks. 19 – Kolleginnen und Kollegen, bitte etwas mehr Ruhe. – Verabredet sind zehn Minuten Redezeit, und als Erstes hat das Wort Kollege Siebel, SPD-Fraktion. Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als heute Morgen um 9 Uhr die Reihen hier noch so leer waren auf der Regierungsbank und auch im Plenum, habe ich mir überlegt – der CDU-Fraktionsvorsitzende war nicht da –, habe ich mir überlegt, liegt das an Desinteressen an dem Thema? – Liegt es daran, dass wir eine Regierungskrise haben, oder liegt es daran, dass alle, wie auch ich, im Stau gestanden haben? – Jetzt wissen wir, es lag am Stau. Mein Fraktionsvorsitzender sagt an der Stelle immer, frühes Losfahren behebt manches Problem. Aber die Tatsache, dass es am Stau liegt, führt uns sozusagen schon mitten in das Thema, das wir mit unserem Setzpunkt, eine IBA Rhein-Main, aufrufen wollen, weil wir einige Probleme im Rhein-Main-Gebiet haben, aber eines der zentralen Probleme ist das Verkehrsproblem in der Rhein-Main-Region. Eine internationale Bauausstellung für die Rhein-Main-Region und die angrenzenden Gebiete ist eine einmalige Chance, zu fragen des Zusammenlebens von Menschen zu bearbeiten, zu beantworten und schließlich mit exemplarischen Beispielen auch für die Menschen begreifbar und greifbar zu machen. Mit einer IBA Rhein-Main wollen wir die Zukunftschancen der Region heben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir dort an vielen Stellen Defizite haben, zeigt sich zurzeit noch in vielen kleinen Sachen. Ich will einmal eines benennen. Wir haben in der Rhein-Main-Region die Chance, die Game Convention in Rhein-Main zu halten, verloren. Sie ist nach Köln gegangen. Das ist ein Beispiel dafür, dass Zukunftschancen der Rhein-Main-Region verlustig gegangen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einer IBA Rhein-Main wollen wir Probleme der Zukunft lösen, die auch andere Regionen in Zukunft haben werden. Damit kann die Rhein-Main-Region auch im Hinblick auf ihre Problemlösungskompetenz wieder an der Spitze der Debatten der Regionen in der Bundesrepublik geführt werden. Ich will das noch an einem anderen Beispiel erläutern, warum das bitter nötig ist. Wir sind zweifelsfrei als Rhein-Main-Region der ökonomische Motor Hessens. Hier werden Arbeitsplätze geschaffen, und zwar in allen Segmenten. Aber wenn ich gestern die Diskussion um den Länderfinanzausgleich richtig verstanden habe, dann ist es so, dass in den Jahren zwischen 2007 und 2012 die Größenordnung der Zahlungen in den Länderfinanzausgleich um 40 % zurückgegangen ist. Wenn Hessen ein Zahlerland ist und das auch ein Merkmal für die ökonomische Stärke unseres Landes ist, dann heißt das, dass der Rückgang der Zahlungen ein Signal dafür ist, dass die Wirtschaftskraft unseres Landes zurückgegangen ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Rhein-Main ist der Motor unseres Landes, und dieser muss gestärkt werden, und dieser muss über den Tag hinaus gestärkt werden. Eine IBA ist ein Projekt, das die Region langfristig verändert, und wir wollen damit einen Transformationsprozess, vor dem wir stehen, auch anstoßen. Die Situation ist die, dass immer mehr Menschen in die Region kommen, dass der demografische Wandel vorangeht. Die Vorzeichen haben sich verändert. Ich gehöre ja zu denen, die noch in der Enquetekommission des Hessischen Landtags mitgewirkt haben zum demografischen Wandel. Wir haben heute eine andere Situation. Aber genau deshalb müssen wir jetzt, acht Jahre nach der Enquetekommission, mit einem neuen Mittel und einer neuen Methode darauf reagieren. Wir leiden unter Gentrifizierung und sozialräumlicher Segregation. Nach wie vor hat die Region einen Grat von Internationalisierung, der nicht eine Last für uns ist und insbesondere für Frankfurt nicht, sondern der eine Riesenchance ist, die wir aber bearbeiten müssen und produktiv machen müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das letzte Mal, wo in Rhein-Main nach vorne gedacht worden ist in der Frage ökonomischer Entwicklung war, als die Frage aufgerufen wurde, was denn Mobilität und Logistik für die Rhein-Main-Region heißt. Der Wirtschaftsminister wird es vielleicht noch wissen – der Staatssekretär weiß ich nicht –, dass damals ein Wirtschaftsminister, das ist Minimum einmal 16 Jahre her, diese Idee entwickelt hat. Das war Lothar Klemm gewesen. Die Wirtschaftsminister der Nachfolger haben das Thema abgearbeitet und haben mit dem House of Logistics and Mobility dieses Thema aufgenommen. Wir sind heute an einem Punkt, wo wir wieder darüber nachdenken müssen, wie sieht diese Region in 20 Jahren aus. Daran wollen wir mit Ihnen mit einer IBA arbeiten. Das alles schreit nach einem großen Veränderungsprozess, den wir nicht geschehen lassen, sondern den wir gestalten wollen. Ich nehme das Thema Wohnen als eines der Themen heraus. Man stelle sich einmal vor, Baulücken, Brachflächen, leerstehende Gebäude in städtebaulichen Zusammenhängen werden konsequent und durch extrem kostengünstigen und rapiden Wohnraum belegt. Neue Fantasiebauer, Holzbauweisen unter Mitwirkungspflicht und Mitarbeit zukünftiger Bewohner finden eine weitere und breite Anwendung. Sozialorientierter Wohnungsbau hat absoluten Vorrang. Die Landesregierung weist deshalb außerhalb des Ballungskerns Entwicklungsschwerpunkte mit urbanen, multikulturellen Kernzonen aus. Die landespolitisch verbindliche Vorgabe beträgt 10.000 Wohnungen pro Jahr zu erstellen. Ich will ein anderes Feld aufgreifen. Mit der IBA soll übergreifendes Handeln zur Nachhaltigkeit und Stabilität geführt werden und damit auch Strukturen transformiert werden, in denen Menschen diese Räume nutzen können. Man stelle sich vor, bislang bestehende Freiflächen werden als wohnungsnahe landwirtschaftliche Produktionsflächen quasi für die Existenzwirtschaft der neuen Siedlungswohnungen genutzt. Es wird das Baugesetzbuch § 25 der privilegierte Tatbestand nachhaltige Selbstversorgung aufgenommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind solche Visionen, die im Rahmen einer IBA aufgegriffen und bearbeitet werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber das ist der Gegenstand, über den es sich nachzudenken lohnt. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD Wir sind der Überzeugung, dass das Rhein-Main-Gebiet ein guter Ort ist für eine internationale Bauausstellung. Es ist zentraler Verkehrsknotenpunkt. Es ist der Knotenpunkt des Umschlags digitaler Informationen. Sie ist von Internationalität geprägt. Wir haben ein hochqualifiziertes Netz staatlicher und privater Wissenschaftseinrichtungen. Unser Vorschlag dazu ist, dass der Leitgelang für eine IBA Rhein-Main sich mit den Themen Arbeit, Wohnen und Mobilität und die Anforderungen an die Infrastruktur der Zukunft auseinandersetzen. Deshalb wollen wir die Arbeitsfelder definiert wissen, Wohnen und Siedlung. Dazu hatte ich etwas gesagt. Mobilität und Verkehr hat quasi durch Anwesenheit oder nicht Anwesenheit des Hauses und des Kabinetts heute Morgen ein Zeichen gesetzt worden. Es muss um Arbeit, um Infrastruktur gehen. Es muss viertens um Digitalisierung gehen. Fünftens – das ist, glaube ich, selbstredend – um Energieversorgung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in unserem Antrag den Vorschlag unterbreitet, wie wir das damals, 2009 auch, eine Lenkungsgruppe einzusetzen, aus Vertreterinnen all jener Akteure, die sich auch in diesen Tagen – ich nenne nur die IHK Frankfurt mit dem Konzept Quartierhoch 4 – damit auseinandergesetzt haben, Vertreter – aus Politik, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus den Verbänden, natürlich aus den Körperschaften und aus den Kommunen. Wir wissen, dass in der Fachcommunity darüber eine sehr intensive und muntere Diskussion geführt wird. Sie wird noch nicht hier im Hessischen Landtag geführt. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Ball aufnehmen. Es lohnt sich für die Rhein-Neu-Ein-Region, und es lohnt sich für die wirtschaftliche Stärke unseres Landes. – Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Hermann Schaus Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank, Kollege Siebel. – Als Nächster spricht Kollege Kasseckert, CDU-Fraktion. Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist eine der 100 Metropolregionen in Europa und eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Sie ist die zweitgrößte in Deutschland, und sie gehört zu den vier Wachstumsregionen, die in der Bundesrepublik für die nächsten 20 Jahre die besten Ausbauperspektiven haben. Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main hat zunehmend in den internationalen Rankings – egal, ob Sie über das Thema Wachstum reden, ob Sie über das Thema Arbeitsplatzangebot reden und zunehmend zum Thema Bildung – Spitzenpositionen eingenommen. Aber – und das ist richtig, und deshalb diskutieren wir heute darüber – das ist keine Selbstverständlichkeit, und das ist nichts, was automatisch und auf Dauer besteht, nur weil wir in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas liegen, sondern das muss hart erarbeitet werden, das muss immer wieder neu angepasst werden, und das muss vor allem mit Blick in die Zukunft eben auch neuen, aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Wenn wir mit der heutigen Betrachtung der Metropolregion feststellen, dass wir uns in einem wesentlichen Punkt unterscheiden, nämlich der Polyzentralität im Gegensatz zu anderen Metropolregionen Europas, dann ist das sicherlich einer der Erfolgsfaktoren. Polyzentralität, das heißt, selbstständige Kommunen, eigenständige Kommunen, die im Wettbewerb zueinander stehen. Unsere Aufgabe muss es sein, aus dem vielstimmigen Chor ein ganzes zu machen. Das ist die Aufgabe der Landesregierung, aber wir sollten in einem Punkt nicht daran rütteln, nämlich an der Polyzentralität, an der Selbstständigkeit der Kommunen, weil sie bisher Erfolgsgarant für die Wettbewerbsfähigkeit, für die selbstständige Darstellung im interkommunalen Wettbewerb im Ringen um die besten Lösungen waren. Deshalb bleibt für die CDU-Fraktion das Prinzip der Freiwilligkeit bestehen, und wir würden mit der Diskussion um die Metropolregion keine Strukturdebatte führen. Das muss an dieser Stelle klar sein. Herr Siebel bestätigt das, und ich glaube, über den Punkt sollte im Haus auch Einigkeit bestehen. Dann kann man sich auf das fokussieren, was vor uns liegt, nämlich wie man eine Metropolregion erfolgreich gestalten kann. – Ich will es nur an dieser Stelle feststellen. Ich habe es bestätigt, dass es genauso geht. Die SPD hatte lange Jahre auch andere Vorstellungen. Das ist legitim. Aber das Thema ist zur Seite gestellt. Es bleibt bei der Polyzentralität. Wir haben eine Perspektive derzeit in der Bevölkerungsentwicklung von 5 bis 6 % plus in den nächsten Jahren. Das sind Zahlen, die vor dem Flüchtlingsstrom genannt wurden. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen wird. Die Menschen gehen zurück in die Ballungsräume. Das stellt auch diese Metropolregion Frankfurt-Dreimain vor die große Herausforderung, dass, wenn wir eine Abgrenzung über den engeren Ballungsraum ziehen, die Metropolregion aus Verdichtungsraum und aus großen Teilen aus ländlicher Raum besteht. Ich denke z. B. an den Odenwald, ich denke an den Vogelsberg. All diese Bereiche, die wir ebenfalls zur Metropolregion zählen, haben ganz andere Probleme als im Verdichtungsraum in Frankfurt, in Offenbach, in Hanau oder in Rüsselsheim. Deshalb glaube ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir sehr wohl darüber nachdenken müssen, wie wir es schaffen können, dass die Metropolregion Frankfurt-Dreimain auch im Jahr 2030 noch Spitze in Europa ist, noch zu den erfolgreichsten Metropolregionen in Europa gehört. Herr Siebel, da kann die internationale Bauausstellung ein Format sein, wie wir diese Frage beantworten. Aber sie ist eines von möglichen Formaten, und ich glaube, wir sollten nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun. Sie haben zu Recht ausgeführt, dass eine internationale Bauausstellung, und Sie haben die Fokussierung auf die Themen Arbeiten, Wohnen und Mobilität in Ihrem Antrag genannt. Sie haben in Ihrem Vortrag die Digitalisierung und den Klimaschutz hinzugefügt. Das sind natürlich alles die Themen, die aber austauschbar sind, nicht nur für uns hier in Frankfurt, sondern auch für andere Metropolregionen gelten. Das sind sicher die Megatrends, deren wir uns stellen müssen. Aber das IBA-Format ist definiert. Internationale Bauausstellungen der Vergangenheit hatten immer eine konkrete Problemlage, beispielsweise in der IBA-Emscherpark, die darin mündete, dass es eine ausgeräumte, entleerte Landschaft war. Damit hat man mit der IBA-Emscherpark seinerzeit den Strukturwandel erfolgreich gestalten können. Die IBA in Hamburg beispielsweise hatte soziale Probleme eines Stadtteils im Fokus und hat diese über eine internationale Bauausstellung bearbeitet. Diese Problemlage – darauf lege ich großen Wert – haben wir in Frankfurt-Rhein-Main nicht. Ganz im Gegenteil. Ich habe gerade ausgeführt, dass wir zu den erfolgreichsten Metropolregionen Europas gehören und dass wir uns nicht mit dem Problem der Vergangenheit beschäftigen müssen wie andere internationale Bauausstellungen, sondern ganz konkret mit der Frage, wie wir 2030 noch an der Spitze sind. Was sind dafür die Zukunftsthemen Mobilität? Ich habe eine Ahnung davon. Mobilität wird einer dieser Themen sein. Mobilität aber sicher in einer ganz anderen Art und Weise, wie wir sie heute denken. Wir denken heute an eine Ertüchtigung von Infrastruktur, die notwendig ist. Wenn wir sicher sehen, dass in den nächsten 20 Jahren allein im Güterverkehr eine Zunahme von 40 % prognostiziert wird, dann haben wir in etwa eine Ahnung und Vorstellung, was das für den Verkehrsknoten Frankfurt-Rhein-Main bedeutet. Sie haben das Beispiel Wohnen genannt. Wenn wir zum Thema Wohnen eine IBA machen, dann haben wir natürlich die Frage zu stellen, wo wir den Zuzug wollen. Die Menschen wollen in die Ballungsräume. Auch in der Flüchtlingsfrage sehen wir, dass die Flüchtlinge in die Ballungsräume gehen wollen, dort, wo Menschen leben, dort, wo Menschen ihre Freizeit genießen, dort, wo Menschen arbeiten, wo Arbeit entsteht, und weniger die Probleme im ländlichen Raum. Deshalb ist natürlich die Frage, wie wir diesen Spagat zwischen Verdichtungsraum und ländlichem Raum schaffen. Das kann ein Thema sein, das wir in diesem Zusammenhang bearbeiten. Aber ich glaube, die Frage der Zukunftsfähigkeit geht deutlich darüber hinaus. Für diese Fragestellung haben wir heute schon Instrumente, die ausreichend sind, um sie zu lösen. Die Frage ist deshalb, was zu tun ist. Die Region Frankfurt-Rhein-Main hat die Werkzeuge meiner Meinung nach in der Hand, und sie hat sie in den letzten Jahren immer mehr und immer erfolgreicher genutzt. Wir haben vor wenigen Tagen das zehnjährige Jubiläum der FrM GmbH, also die Marketingorganisation der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, gefeiert. Wir haben einen erfolgreichen Rhein-Main-Verkehrsverbund, wir haben einen erfolgreichen Regionalpark Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, wir haben eine Kultur GmbH, die Akzente gesetzt hat. Also all diese Maßnahmen, die in den letzten Jahren im Prinzip der Freiwilligkeit entstanden sind, haben gefruchtet, haben gezündet und sollten weitergeführt werden. Das Gesetz zur Metropolregion gibt der Region alle Freiheiten über die Frage der Zusammenarbeit. Wir haben nur in einem Punkt eine Abgrenzung, und das ist der engere Ballungsraum für die Frage der regionalen Flächennutzungsplanung. Die ist zunächst einmal geregelt. Sie muss dynamisiert werden, sie muss angepasst werden, sie muss neuen Entwicklungen angepasst werden. Aber das Instrument für den engeren Ballungsraum besteht. Er wird verknüpft mit den Regionalversammlungen um den engeren Ballungsraum herum. Richtig ist, dass wir in einem Staatsvertrag für den Bereich Südhessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eben auch die Zusammenarbeit der Regionalversammlungen regional bzw. länderübergreifend geregelt haben. Wenn das notwendig ist, kann man sicherlich auch dem bayerischen Untermain hinzuziehen. Aber meine Erfahrung ist, dass der bayerische Untermain, um die Kollegen jetzt einmal Aschaffenburg und Milkenberg zu nennen, sehr aktiv in der heutigen Metropolregion Frankfurt, Rhein-Main beteiligt ist, und zwar auf dem Wege der Freiwilligkeit, und zwar auf dem Wege der Beteiligung an den jeweiligen GmbHs. Das lässt das Gesetz zu. Das wünscht das Gesetz ausdrücklich. Damit hat die Region alle Instrumente in der Hand. Was also ist zu tun? Ich glaube, dass wir zunächst einmal, bevor wir über Formate reden, darüber reden müssen, was wir im Jahr 2030 erreichen wollen. Wir wollen auch 2030 eine der erfolgreichsten Metropolregionen sein. Was ist dazu notwendig? Antoine Saint-Exupéry hat einmal gesagt, wenn du ein Schiff bauen willst, beschaffe den Arbeitern nicht das Werkzeug und das Material, sondern lehre ihnen die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Ich glaube, in Anlehnung an dieses Zitat ist es wichtig, für uns darüber nachzudenken, welche Ziele und Versionen diese Region für 2030 danach Inhalte festzulegen, was zu tun ist, und am Ende als dritten Schritt das Format dazu zu bestimmen. Deshalb sollten wir nicht den dritten vor dem ersten Schritt tun. Ich glaube, dass wir gut beraten sind, die Landesregierung als Initiator, als Moderator in dieser Fragestellung einzusetzen. Sie soll mit den Akteuren der Region, auch länderübergreifend, der drei Bundesländer – sie wurden immer drei mit Bayern, Rheinland-Pfalz genannt, aber vielleicht auch mit Baden-Württemberg, weil wir hier schon einen Staatsvertrag haben – also mit allen Akteuren, die daran mitwirken wollen, dass die Mitte Deutschlands, dass die Mitte Europa auch 2030 noch die erfolgreichste Metropolregion ist. Dafür glauben wir, dass der erste Stein des Anstoßes über die Landesregierung kommen kann. In diesem Sinne ist unser Antrag zu verstehen. IBA kann ein Format sein am Ende dieser Diskussion. Es ist nicht falsch, aber es gibt da noch andere Möglichkeiten, und dafür wollen wir werden. – Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Klose, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ist sicherlich einer der Hotspots der Republik – natürlich wegen ihrer Bedeutung als Finanzplatz, aber auch, weil Frankfurt-Rhein-Main gleich nach dem Ruhrgebiet die höchste Industriedichte Deutschlands besitzt. Frankfurt-Rhein-Main ist der wirtschaftliche Herzmuskel unseres Bundeslandes mit hervorragend erschlossenen Gewerbegebieten und einer europaweit einmaligen Verkehrsinfrastruktur, aber eben auch einem breiten kulturellen Angebot, exzellenten Naherholungsmöglichkeiten und attraktiven Wohnlagen. Diese Region zieht Menschen an, die hier leben und arbeiten wollen. Sie zieht Unternehmen an, die sich hier ansiedeln wollen. Frankfurt-Rhein-Main ist eine der derzeit begehrtesten Metropolregionen Europas, und das gesamte Land Hessen profitiert davon. Diese Region ist erfolgreich, und sie hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ganz zentrale Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit gemeinsam gestemmt – trotz oder vielleicht manchmal sogar gerade aufgrund ihrer polyzentrischen Struktur. Da ist natürlich der Regionalverband, der die Grundlagen für die gemeinsame Planungspolitik der Region legt. Da sind aber auch vielfältige Organisationen wie beispielsweise der Regionalpark, die Kulturregion oder die Wirtschaftsinitiative. Es gibt so erfolgreiche gemeinsame Gründungen wie den Rhein-Main-Verkehrsverbund, die Rhein-Main-Abfall GmbH oder die Wirtschaftsförderung Frankfurt-Rhein-Main, der die Landesregierung glücklicherweise wieder beigetreten ist. Ich will aber ausdrücklich auch ein Projekt wie den Architektursommer nennen, weil der es nämlich bereits schafft, über Ländergrenzen hinweg innovative Ideen für Architektur und Städtebau zu entwickeln. Es ist gerade Teil der Erfolgsgeschichte dieser Initiativen und Gesellschaften, dass sie eben nicht von oben verordnet, sondern als Instrumente zur Lösung gemeinsamer Probleme der Region erkannt und von unten gegründet worden sind. Dieser Grundsatz ist uns auch weiterhin wichtig. Unser grünes Credo ist auch an dieser Stelle, ermöglichen statt verordnen. Wir wollen die ewigen Strukturdebatten hinter uns lassen und uns den realen Herausforderungen widmen. Der Antrag der Regierungsfraktionen stellt deshalb genau diese freiwillige interkommunale Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Gerade wenn es um Aufgabenfelder geht, die für eine Region gemeinsam bedeutsam sind, bedarf es lösungsorientierter Initiativen aus der Region heraus. Unsere Aufgabe ist es, dafür den Rahmen zu setzen und diese Prozesse zu unterstützen. Es gibt diese Initiativen und Prozesse von unten bereits. Insbesondere die neuen Industrie- und Handelskammern, die sich im IHK-Forum Frankfurt-Rhein-Main zusammengeschlossen haben, maßgeblich getrieben von der IHK Frankfurt, treiben das Thema immer wieder voran. Ihre Ideen sind wichtige Impulsgeber für die Region. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, wenn postuliert wird, die Wirtschaft werde in Fragen der Regionalentwicklung in Vorleistung gehen, wie es der Präsident der IHK Frankfurt gesagt hat, dann werden wir sie auch daran messen. Selbstverständlich steht auch unsere Metropolregion vor echten Herausforderungen. Auch sie muss sich permanent weiterentwickeln, ist einem stetigen Wandel unterliegen und muss ihre Ziele ständig neu definieren. Es sind die aktuellen Megatrends wie die Migration und der demografische Wandel, wie die Digitalisierung, wie die Antworten auf den Klimawandel, die gerade in den Metropolen dieser Welt wie in einem Brennglas gebündelt werden. Im Wettbewerb mit anderen Metropolregionen haben wir gelegentlich dennoch den Eindruck, dass sie sich vielleicht noch besser gemeinsam organisieren und vermarkten. Man hat das natürlich auch damit zu tun, dass München, London oder Mailand viel deutlicher auf ein Zentrum ausgerichtet sind, als es unsere Metropolregion ist. Das zeigt aber auch gerade, dass wir eben nicht einfach die Konzepte anderer auf Frankfurt-Rhein-Main übertragen, sondern eigene, auf unsere spezifische Struktur ausgerichtete Ideen entwickeln müssen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Gleichzeitig hindert uns niemand, uns von funktionierenden Konzepten wie dem Smart-City-Ansatz, mit dem beispielsweise Mailand sehr erfolgreich ist – davon konnten wir uns auch während der Delegationsreise des hessischen Wirtschaftsministers im Oktober überzeugen – von diesen Konzepten inspirieren zu lassen. Das war in vielfacher Hinsicht hochspannend. Genauso richtig ist es natürlich, dass auch klassische Instrumente der Stadt- und Regionalentwicklung wie die regionale oder die internationale Bauausstellung für unsere Region diskutiert werden. Auch in Baden-Württemberg oder Thüringen sind diese Instrumente aktuell auf der Agenda. Berlin hat sich gerade daraus verabschiedet. Aus unserer Sicht ist die SPD mit ihrem Antrag etwas vorschnell. Sie wollen, dass sich der Landtag jetzt auf ein spezifisches Instrument, eine internationale Bauausstellung, festlegt. Das ist aus unserer Sicht nicht der richtige Weg. Es ist nicht der richtige Weg, weil das genau wieder ein Vorgehen von oben wäre. Das Land schwingt sich dazu auf, zu wissen, welches Format das richtige für die Region ist, und legt das fest. Es wäre dann eben kein Format, das von unten wächst und die Bedürfnisse und Ideen der vielen in der Region und für die Region Engagierten aufgreift und mitnimmt. Ja, ausdrücklich, eine internationale Bauausstellung kann ein geeignetes Format sein. Aber es sind eben auch eine Vielzahl anderer Formate und Möglichkeiten denkbar, um die Region voranzubringen und an ihrer ökonomisch und ökologisch positiven Entwicklung zu arbeiten. Es ist nicht der richtige Weg, wenn ich die sogenannte Erklärung zur Zukunft der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main ernst nehme, die im April in Frankfurt verabschiedet wurde. Ich möchte sie ernst nehmen, obwohl der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt offenbar kein über die damalige zugegeben medienwirksame Inszenierung hinausragendes Konzept verfolgt. In dieser Erklärung wurde von namhaften Persönlichkeiten ausdrücklich festgestellt, dass sie Verantwortung für die regionale Zusammenarbeit übernehmen wollen. Es wurde dort angeregt, auch unsere Nachbarländer auf diesem Weg mitzunehmen, und es wurden die Landesregierungen eingeladen, die eine Unterzeichnerin und die vielen Unterzeichner auf diesem Weg zu begleiten. Sie wollen jetzt, dass sich der Landtag noch bevor diese Gespräche geführt worden sind, schon auf eine Bauausstellung als Instrument festlegt. Das wäre aus unserer Sicht falsch, denn wir würden weder die Unterzeichner noch die Nachbarn in ihren Anliegen ernst nehmen, sondern sie mit vollendeten Tatsachen konfrontieren. Deshalb ist der Ansatz der Landesregierung genau richtig. Unsere Nachbarländer Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern sind zu Gesprächen über ein umsetzungsorientiertes Projekt zur integrierten Stadt- und Regionalentwicklung unter dem Arbeitstitel Frankfurt-Rhein-Main 2020 plus eingeladen. Dort sollen gemeinsame Antworten auf die zentrale Herausforderung der polyzentralen Metropolregion entwickelt werden. Diese Region geht in vielen Feldern bereits voran. Hier werden spannende Konzepte realisiert, gerade was die Themen klimaschonende Mobilität und Wohnen angeht. Deshalb sind die Gespräche mit den anderen Ländern der richtige, der logische nächste Schritt, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, und nicht die jetzige Fixierung auf ein spezifisches Instrument. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Beer, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ganz dankbar, dass alle Vorredner die Rhein-Main-Region erst einmal beschrieben haben – ihre Herausforderungen, auch ihre Probleme, ihre Chancen –, weil mir das die Gelegenheit gibt, mich auf das zu fokussieren, was hier als eines der denkbaren Formate zur Weiterentwicklung der Rhein-Main-Region im Streit steht, nämlich das Format einer internationalen Bauausstellung. Ich war ein bisschen überrascht, dass nicht erst einmal der Ansatz gesucht wurde, darüber zu diskutieren, was das sein kann für eine Region wie Frankfurt Rhein-Main. Deswegen glaube ich, um einfach noch einmal darauf zurückzuführen, worüber wir im Kern reden, ist es ganz wichtig, einmal darzustellen, dass eine internationale Bauausstellung zu Förderst ein Instrument der Stadt- und Regionalentwicklung ist und eben nicht nur ein Marketinginstrument. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD – Zuruf des Abg. Janine Wissler Dass eine internationale Bauausstellung, anders als möglicherweise ihr Name es suggerieren könnte, eben nicht nur eine klassische temporäre Ausstellung ist, sondern dass es um dauerhaft Gebautes geht, dass es um den Mehrwert für eine Region geht, dass es auch nicht ein abgeschlossenes Gesamtpaket ist. Wenn ich so umsetzungsorientierte Gespräche und so weiter höre, weiß ich nicht, ob es da vielleicht Fehlvorstellungen gibt, sondern dass es um einen Regionalentwicklungsprozess geht, der sich nachher auch in Umsetzung niederschlägt, der aber erst einmal im Kopf in einer Vision, in einer Zukunftsaufstellung fußen muss, um erfolgreich sein zu können. Dementsprechend geht es eben mehr um eine Selbstvorstellung einer Region wie Frankfurt-Rhein-Main in den nächsten 15, 20, 30 Jahren als bloß um eine geschützte Marke. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Kasseckert, dass wir als Freie Demokraten völlig offen dafür sind, Herr Kasseckert, über alle möglichen Formate zu diskutieren, dass gerade für eine Region wie Frankfurt-Rhein-Main, die nicht nur mit Regionen innerhalb Hessens, mit Regionen innerhalb Deutschlands, sondern die international mit Regionen weltweit konkurriert und konkurrieren will, die also einen ganz anderen Anspruch hat, als nur ein bisschen regional zu reden, dass gerade für solch eine Region wie die unsere in Frankfurt-Rhein-Main eine internationale Bauausstellung das richtige Instrument für eine erfolgreiche Regionalentwicklung sein könnte, die, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, dann nicht nur etwas für unsere Region bringt – das muss natürlich ganz klar gegeben sein, sondern die dann auch Vorbild sein kann in der Bearbeitung der Aufgabenstellung, die wir uns gemeinsam für eine IBA oder ein anderes Format suchen würden, die dann eben auch Vorbild sein kann für andere und bestenfalls sogar Vorreiter in der Bewältigung typischer Fragestellungen, die sich uns in Frankfurt-Rhein-Main bieten. Damit geht es, liebe Freunde, um die zukunftsfähige Aufstellung einer Region – das ist schon beschrieben worden –, die wie Frankfurt-Rhein-Main eine ganz besondere Struktur hat. Denn sie ist polyzentrisch. Sie ist im Grunde genommen als Netzwerk von ganz vielen Sorten von Knoten geprägt – Knoten in Verkehr und Infrastruktur, Knoten von Wissen, Bildungs- und Forschungseinrichtungen, Knoten im Hinblick auf Arbeiten von Unternehmen, Verbänden, Organisationen und Gewerkschaften, aber auch Knoten, wenn es um den Bereich der Kultur, der Kreativszene und damit einen wirklichen Impulsgeber für Innovation und Zukunftsfähigkeit geht. Sie ist als Region eine – das ist schon gesagt worden –, die auch an eine Vielzahl von Ländergrenzen stößt und von daher im Hinblick auf ein solches Zukunftsmodell auch die Chance hätte, ähnlich wie die IBA in Basel über Ländergrenzen hinweg angelegt und organisiert zu sein. Deswegen finde ich es gut, Herr Kollege Kasseckert und Herr Kollege Klose, wenn wir jetzt schlicht einmal in einen Prozess eintreten, der die Motivation der Region – das ist schon beschrieben worden –, es gibt vielfältige Mitspieler in der Region, die die Region voranschreiben wollen, der die Motivation in der Region klärt, der auch eine Zielsetzung findet für ein solches Format, ob Sie es jetzt regionale nennen, Herr Kasseckert, oder internationale Bauausstellung, weil das meines Erachtens einfach der höherwertige Begriff an dieser Stelle und das höherwertige Modell ist, einfach nachher eine Zielsetzung, die es uns erlaubt, die Region voranzubringen, die besondere Strahlkraft dieser Region Frankfurt-Rhein-Main im Verhältnis zu anderen Regionen herauszustellen. Deswegen möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen einen Vorschlag für solch eine Zielsetzung zu machen, weil die Problemlagen und Herausforderungen sehr zutreffend von allen beschrieben worden sind. Wir als Freie Demokraten möchten Ihnen den Vorschlag machen, den vor uns noch ganz mächtig liegenden Trend, die ganz mächtig liegende Entwicklung der Digitalisierung aufzugreifen und die Zukunftsentwicklung unserer Region Rhein-Main unter den Aspekt der Smart Region zu stellen. Also quasi die Region 4.0, eine Region, die die Fragen des Wohnens und Lebens, die die Fragen des Arbeitens, der Freizeit, aber auch der Weiterentwicklung von Bildung völlig neu denkt. Anders, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte, hat das unglaublich viel mit Stadt- und vor allem mit Regionalentwicklung zu tun. Denn wenn wir anders wohnen, wenn wir uns komplett anders fortbewegen, wenn wir wesentlich dezentraler und selbstständiger arbeiten, dann ist das etwas, was auf die Gestaltung unserer Umwelt, unserer Wohngebäude und unserer Verkehrsstrecken einen massiven Einfluss haben wird. Dies einmal mit in den Blick zu nehmen und dabei nicht bei dem aktuell diskutierten Thema der Smart City stehen zu bleiben – das wird vielfältig diskutiert –, sondern die Smart City gerade in einer Region wie Frankfurt-Rhein-Main auszudehnen auf eine Smart Region. Also nicht nur die einzelnen Knotenpunkte und Städte, sondern gerade auch den Bereich dazwischen – Herr Kasseckert, Sie haben von den eher ländlichen Räumen und Strukturen gesprochen – mit aufzugreifen. In einer Region, die so polyzentrisch, die so vernetzt ist, ist meines Erachtens für uns in Hessen eine ganz besondere Chance. Eine Chance, diese Entwicklung der nächsten 15, 20, 30 Jahre jetzt vorausschauend zu durchdenken. Was heißt das wirklich im Detail? Diese Entwicklung vorausschauend zu planen, also nicht es einfach geschehen lassen und dann ein bisschen an den Auswirkungen herumzufummeln, sondern wirklich strukturiert miteinander zu planen und vor allem zukunftsorientiert und chancenorientiert anzugehen. Ich glaube, das wäre etwas, was eine ganz besondere Prägung für Frankfurt, Rhein-Main und für unser Bundesland wäre. Denn anders, Herr Kasseckert, als bisher alle anderen IBAs, die wir gesehen haben, wäre das nicht nur das Bewältigen, wie Sie es genannt haben, einer Problemlage, also quasi die Bewältigung von Vergangenheit, so wie wir es bei den IBAs gesehen haben, die sich um Konversion gekümmert haben, die irgendwie klarkommen müssen, dass Unternehmen weg sind, dass Armee weg ist oder dass Menschen weg sind. Denken Sie an die IBA in Sachsen-Anhalt. Auch nicht nur eine IBA, die sich um die Bewältigung der Problemlagen von heute bemüht – das ist klassisch Hamburg, wachsende Stadt – oder eben auch in Berlin, wo es um zusätzlichen Wohnraum ging, sondern das allererste Mal eine internationale Bauausstellung, die sich mit den Fragen der Zukunft und den Chancen der Zukunft auseinandersetzt, die nicht abwartet, bis Probleme da sind, sondern die sagt, wenn wir überlegen, wie wir in 30 Jahren leben werden, was müssen wir heute tun, damit es dann allen besser geht, egal ob bei Arbeiten, Wohnen, Freizeit oder Bildung. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Digitalisierung ist schon da. Aber wir haben alle miteinander – ich nehme mich da gar nicht aus – noch nicht begriffen, wie tiefgreifend und vor allem wie stark sich immer mehr beschleunigend diese Entwicklung in alle Lebens- und Arbeitsbereiche eingreifen wird. Das ist so viel mehr als das bisschen klein-klein, was wir hier beim Breitbandausbau diskutieren. 50 Mbit ist lächerlich im Verhältnis zu all den Herausforderungen, die dieser Prozess an uns stellt. Deswegen schlagen wir Ihnen als Freie Demokraten vor, mit einem solchen Instrument wie der internationalen Bauausstellung – oder wie immer Sie, Herr Kassecker – das lieber nennen möchten, um es mehrheitsfähig zu machen, mit einem solchen Stadt- und Regionalentwicklungselement die Fragen von morgen und sogar schon die Fragen von übermorgen in unserem Land zu diskutieren. Vizepräsidentin Heike Habermann, Kollegin Beer, kommen Sie bitte zum Schluss. Frau Präsidentin, ich komme gleich zum Schluss. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir müssen den Diskussionsprozess so ernst nehmen, dass wir in Zusammenhänge denken, die größer sind als die der jetzigen Organisationen und Gemeindegrenzen. Frau Kollegin Beer, letzter Satz. Aber wir hätten, wenn es nicht nur ein Regierungsprojekt wird, das nebenbei behandelt wird, sondern wenn wir die Motivation der Region aufnehmen, glaube ich, die Chance, diese Region zukunftsfähig aufzustellen und vor allem Vorreiter zu sein, und das vor allem international. Deswegen internationale Bauausstellung. – Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Dr. Ulrich Wilken Vielen Dank. – Das Wort hat Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die SPD greift mit ihrem Antrag für eine internationale Bauausstellung Rhein-Main eine Initiative auf, die im Jahre 2009 schon einmal im Sande verlief. Dabei hat die Zahl der internationalen Bauausstellungen enorm zugenommen. Es fanden im Zeitraum 1901 bis 1999 insgesamt sechs internationale Bauausstellungen statt, darunter historische und stilprägende wie von Darmstadt 1901 oder von Stuttgart 1927. Es waren in den letzten 15 Jahren schon sieben solcher Bauausstellungen. Den wenigsten von uns dürften die aktuellen parallel laufenden internationalen Bauausstellungen in Basel, Thüringen oder Heidelberg bekannt sein. Waren die früheren Bauausstellungen vor allem der Darstellung aktueller architektonischer Lösungen gewidmet, also Jugendstil in Darmstadt auf der Mathildenhöhe oder Architektur der Moderne in der Stuttgarter Weißenhof-Siedlung steht bei den jüngeren Ausstellungen die Bewältigung des Strukturwandels und die Reparatur von Fehlentwicklungen im Mittelpunkt. Das hat sicher seine Berechtigung, sorgt aber nicht unbedingt für jene Fokussierung auf Zukunftsfragen gesellschaftlichen Wandels, wie es das Memorandum zur Zukunft internationaler Bauausstellungen fordert. Hinzu kommt, dass allzu oft wirtschaftliche Interessen und Prestigeobjekte im Vordergrund stehen. An den praktischen Lebensproblemen der Menschen gingen bisher Bauausstellungen allzu oft vorbei. Leider ist auch im Antrag der SPD nicht zu erkennen, dass dies hier anders werden soll. Aus unserer Sicht wäre es von zentraler Bedeutung, dass eine IBA sich um die drängenden Fragen der Region dreht. Da haben wir in der Tat aktuelle Probleme, die es anzugehen gilt. Diese sind in der Rhein-Main-Region allem voran das Thema preiswertes Wohnen für Familien, Studierende und Flüchtlinge, auch barrierefreies Wohnen für alte Menschen und Menschen mit Behinderung. Außerdem geht es um Lösungen des Mobilitätsproblems durch einen möglichst fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr. Schließlich stellt sich seit vielen Jahren die Frage, wie die zunehmende Ausgrenzung von Menschen mit niedrigem oder ganz ohne Erwerbseinkommen begegnet werden kann. Von besonderer Bedeutung hierbei wäre die Integration gerade junger Menschen mit Migrationshintergrund, die sowohl in hessischen Bildungswesen wie auch auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und vor allem auf dem immer offensichtlicher versagenden Wohnungsmarkt noch immer deutlich diskriminiert werden. Die Behebung des sozialen Sprengsatzes, der hier herangewachsen ist, wäre eine lohnende Aufgabe, die sicherlich auch großen Vorbildcharakter für andere Großstädte weltweit entfalten könnte. Leider ist eine solche Ausrichtung im SPD-Antrag aber nicht zu erkennen. Zwar wird auch das Thema Wohnen – Herr Siebel hat dazu im Detail ausgeführt – jedoch lediglich als ein Thema von vielen. Eine Bauausstellung, die neue Formen der Aneignung städtischer Räume für Geringverdiener, Alleinlebende, Flüchtlinge, junge Menschen in Ausbildung oder ältere Menschen präsentieren würde, also sich mit dem Thema preiswertes Wohnen in der Rhein-Main-Region auseinandersetzt, würde DIE LINKE begrüßen und unterstützen. Die Tatsache allerdings, dass nach SPD-Vorstellung ausgerechnet die Landesregierung als – Zitat – Initiator, Mediator und Moderator eines solchen Prozesses wirken soll, lässt stärkste Zweifel bei uns aufkommen, dass an einer solchen Ausrichtung nur gedacht werden kann. Wer moderiert, der lenkt. Die Hessen-CDU der eingestürzten Leuchttürme – Kassel, Calden, UKGM, Privatisierung und European Business School – ist weder willens noch in der Lage, die drängenden Lebensprobleme der Mehrheit der Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet zu lösen. – Mal ganz abgesehen davon, dass sie das als Landesregierung in den letzten Jahren auch schon hätte tun können und nicht getan hat. Der Beitrag des Kollegen Kasseckert mit der zentralen Aussage, wie man eine solche Bauausstellung ausgeht und – ich zitiere jetzt einmal – der Frage, wie wir als Region noch an der Spitze sind, beinhaltet doch gerade und lässt befürchten, dass abermals die wirtschaftlichen Interessen und vermeintlichen Leuchtturmprojekte bei der CDU und der Landesregierung im Vordergrund stehen würden. Eine solche IBA bringt allerdings sogar die Gefahr, dass sie die soziale und wirtschaftliche Kluft zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und dem Rest von Hessen weiter verstärkt. Das wollen wir nicht. Was wie im CDU-Antrag beschrieben, eine zukunftsfähige und grenzüberschreitende Vision gemeint ist, bleibt auch unklar. Lassen Sie mich an dieser Stelle auch sagen, ich bin gespannt, an welchen Ausschuss dieser Antrag überwiesen wird bzw. die beiden Anträge. Damit ist inhaltlich der Schwerpunkt schon vorprogrammiert. Wird der Antrag, wie vorgesehen, an den Wirtschafts- und Verkehrsausschuss überwiesen, dann stehen wirtschaftliche und verkehrspolitische Fragen im Vordergrund, und das ist auch die Absicht. Ich stelle einmal an dieser Frage. Wenn es aber sozusagen um die Lösung sozialer Probleme geht, dann wäre zu überlegen, die Federführung im Sozialpolitischen Ausschuss, oder wenn es um Wohnungsfragen geht, wäre die Federführung im Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss angezeigt. Aber das ist offensichtlich nicht das Vorhaben der Initiatoren. Insofern ist die Ausrichtung auf wirtschaftliche Interessen und nicht auf soziale oder wohnungspolitische Interessen auch schon klar. Es bleibt also abzuwarten, ob wir in der Ausschussberatung zu einer Konkretisierung der Anträge kommen, die sich ausschließlich auf die drängenden Bedürfnisse der Menschen im Rhein-Main-Gebiet konzentriert. Das ist unser Petitum. Konkrete Beispiele, nicht nur Visionen für preiswertes Wohnen, für Familien, Studierende und Flüchtlinge und auch barrierefreie Wohnen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung, das wäre unser Vorschlag. Vielen Dank. – Das Wort hat der nunmehr dem Stau entronnene Staatsminister von Herrn Dr. Al-Wazir. Vizepräsidentin Heike Habermann Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wer über Landesentwicklung, über Regionalentwicklung spricht, der muss in langen Linien nach vorne denken. Aber es hilft auch einmal, ein bisschen nach hinten zu schauen. Wie war die Situation vor 20, 25 Jahren in der Rhein-Main-Region? Ich will jetzt einmal zwei Beispiele nennen. Stichwort Müll. Müllnotstand war damals ein geflügeltes Wort. Die einen hatten keinen Deponieraum mehr, die anderen hatten viel zu teure Müllverbrennungsanlagen. Sie haben von diesem Problem lange nichts mehr gehört. Warum? Weil es in der Rhein-Main-Region durch die Rhein-Main-Abfall-GmbH gelöst ist. Es gibt nickendes Wissen von Menschen, die wissen, wo Flörsheim-Wicker ist. Ein zweites Beispiel ist der öffentliche Personennahverkehr. Vor 20, 25 Jahren gab es Kleinstaaterei. Es gab weder einen abgestimmten Fahrplan noch ein gemeinsames Ticket. Was man sich heute nicht mehr vorstellen kann, zwischen Frankfurt und Offenbach hielt die Straßenbahn an. Man musste entweder beim Fahrer einen Fahrschein kaufen für das jeweils andere Tarifgebiet oder aussteigen und zum Automaten gehen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es ist nur 20 Jahre her. Meine sehr verehrten Damen und Herren, man könnte bei der Kulturregion – die Linie 16 wurde eingestellt, als ein gewisser Michael Siebel noch im Offenbacher Rathaus gearbeitet hat, oder? Wenn ich das recht im Kopf habe. Gut. Insofern, Stichwort Kulturregion, Stichwort Wirtschaftsförderung, Stichwort Regionalpark – wir haben in den letzten 20, 25 Jahren wahnsinnig viel erreicht in der Zusammenarbeit in der Rhein-Main-Region. Natürlich ist es so – deswegen der Blick nach vorne –, dass sich die Metropolregion weiterhin ausgesprochen dynamisch entwickelt. Das ist grundsätzlich erfreulich. Das führt aber auch zu neuen Herausforderungen. Am dringlichsten sind die Herausforderungen – das ist meine Überzeugung – in den Bereichen Mobilität und Wohnen. Beispiel Mobilität. Wir haben am Tag 350.000 Fahrzeuge, die das Frankfurter Kreuz passieren. Wir haben bis zu 450.000 Fahrgäste am Frankfurter Hauptbahnhof. Wir haben jährlich knapp 60 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen. Tendenz in allen Bereichen steigend. Natürlich hat das Folgen für die Menschen in der Region, positive wie negative, denen sich die Landespolitik stellen muss. Deswegen ausdrücklich. Eine intakte und funktionierende Verkehrsinfrastruktur zählt zu den wichtigsten Standortfaktoren und prägt maßgeblich die internationale Wettbewerbsfähigkeit, aber eben auch die Lebensqualität in der Region. Deswegen sind aus meiner Sicht die wichtigsten Themenfelder für die Region in diesem Bereich. Wie kommen wir zu einer an den künftigen Anforderungen ausgerichteten strategischen Planung für große Infrastrukturprojekte? Wie lassen sich kürzere Realisierungszeiträume und gleichzeitig bessere Bürgerbeteiligung miteinander vereinbaren? Wie können wir Logistik und Mobilität so weiterentwickeln, dass die Verkehrsströme in Zukunft noch bewältigt werden können und dabei negative Effekte wie Lärmbelastung, Luftbelastung und CO2-Ausstoß begrenzt werden können? Zum nächsten Punkt, zum Beispiel wohnen zu kommen. Wir haben dort eine dynamische Entwicklung in der Rhein-Main-Region. Frankfurt wächst jedes Jahr um 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das gilt für die anderen Kernstädte der Region genauso. Dementsprechend ist klar, wir haben enorme Herausforderungen, die wir im Rahmen einer zukunftsorientierten Wohnungsbaupolitik bewältigen müssen. Es kommen aktuelle Transformationsprozesse hinzu, wie die Energiewende, wie sich ändernde Mobilitätsgewohnheiten, wie die Digitalisierung und auch demografische Veränderungen. Wenn man 20 bis 30 km herausgeht, ist die Situation oftmals eine völlig andere. Da haben wir es teilweise am Rande der Region mit Schrumpfungsprozessen zu tun. Das heißt, wir brauchen für die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main angepasste Konzepte für das Zusammenleben und die Infrastruktur, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deswegen befindet sich die Landesregierung fortgesetzt in Gesprächen mit allen wichtigen Akteuren der Region, um gemeinsam Problemfelder zu identifizieren und Lösungen zu erarbeiten. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele von dem nennen, was in den letzten zwölf Monaten passiert ist. Das Land ist wieder Mitglied geworden in der Planungsgesellschaft für die Regionaltangente West. Weil wir ausdrücklich gesagt haben, wir wollen auch als Land Hessen zeigen, dass das nicht nur ein Projekt der Region und von einzelnen Kommunen ist, sondern im Interesse des ganzen Landes, wenn dieses wichtige Infrastrukturhaben vorankommt. Wir haben übrigens Erfolge erzielt. Die EU hat dieses Vorhaben als eines von zwei Projekten bundesweit als besonders förderungswürdig anerkannt und übernimmt die Hälfte der Planungskosten. Sie sehen, in diesem Bereich passiert etwas. Das Land ist in diesen Tagen wieder offiziell Mitglied geworden von Frankfurt-Rhein-Main International Marketing of the Region. Ich glaube, dass das auch ein Beispiel ist, dass wir handeln, wir agieren, gemeinsam mit der Region, gemeinsam mit den Städten und Kreisen der Region, die Zusammenarbeit zu verbessern. Ich will aber ausdrücklich sagen, das Netz unterschiedlicher Akteure mit verschiedenen Schwerpunkten entspricht auch der polyzentralen Struktur der Region. Diese polyzentrale Struktur der Region wollen wir auf keinen Fall negieren, sondern wir müssen mit ihr arbeiten. Wir können nicht von oben herab sagen, so wird es gemacht. Das ist in Frankfurt-Rhein-Main immer schon schiefgegangen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt die Initiative Frankfurt-Rhein-Main 2030, mit der bereits ein Strategiebildungsprozess für die Metropolregion auf den Weg gebracht worden ist, in der die Landesregierung über eine Mitgliedschaft in der Lenkungsgruppe mitwirkt. Jetzt die spannende Frage. Sie merken das. Ich habe bisher kein einziges Mal Iba, Iba, Du gesungen, sondern ich habe bisher über die Probleme in der Region gesprochen und über die Frage, was die richtigen Antworten darauf sind. Sie merken daran, dass eine einzelne Antwort aus drei Buchstaben vielleicht ein Teil einer Lösung sein kann, das aber auf keinen Fall sicher ist. Deswegen die Frage, ob das eigentlich das richtige Format ist. Ja, wir haben wahrgenommen – ich war auch bei einer der Auftaktveranstaltungen dabei –, dass der Architektursommer 2015 das Thema Iba auf die Tagesordnung gehoben hat. Ja, wir haben das Thesenpapier der IHK Frankfurt gelesen und diskutiert über die Frage, ob eine Iba ein richtiges Format ist. Es gibt viele Labels, es gibt viele mögliche Überschriften. Aber vielleicht muss man an der Stelle einmal festhalten, dass wir zuallererst einen Leitgedanken brauchen. Dann müssen wir uns überlegen, was das richtige Format ist, um diesen Leitgedanken in die Realität umzusetzen. Ich halte nichts davon, erst die Struktur zu schaffen und sich dann Gedanken über den Inhalt zu machen. Ich glaube, das wäre der zweite Schritt vor dem ersten Schritt. Ich will ausdrücklich sagen, wir brauchen dazu einen engen Austausch mit der Region. Ich warne ein bisschen davor, dass uns ein gedanklicher Fehler unterläuft, der sozusagen weiterhin eine Strukturdebatte führt. Dass man gedanklich das Wort Regionalkreis durch internationale Bauausstellung ersetzt und sich weiterhin nicht gemeinsam mit der Region Gedanken macht über die Frage, was eigentlich nötig ist. Ich will ausdrücklich sagen, wir wollen als Landesregierung, so wie die SPD das in ihrem Antrag fordert, als Initiator, Mediator und Moderator tätig sein. Aber wir wollen nicht diejenigen sein, die der Region erklären, wie sie sich entwickeln sollen, weil das nur gemeinsam mit der Region und nicht gegen sie funktionieren kann. Letzter Punkt. Stichwort, sind wir bereits aktiv? Natürlich sind wir das. Kollege Wintermeyer hat Anfang des Monats die Chefs der Staatskanzleien von Rheinland-Pfalz, Bayern und Baden-Württemberg zu einem Gedankenaustausch über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung der Metropolregionen eingeladen. Ich bin gespannt, wenn dieser Termin zustande kommt, inwieweit sie sich eigentlich als betroffen fühlen. Wir haben erst einmal die drei anderen Länder eingeladen. Jetzt wollen wir einmal sehen, ob Stuttgart das eigentlich als eigene Aufgabe ansieht oder nicht. Stichwort Rhein-Neckar. Wir werden das sehen, aber wir sind bereits im Gespräch. Sie sind eingeladen. Ich will an diesem Punkt sagen, wir müssen mit der Region übereinkommen, was der beste Weg zur Erreichung dieser Ziele ist, egal, wie wir das Kind nennen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir gehen jedenfalls mit einer ergebnisoffenen Haltung in die Gespräche mit den Nachbarländern. Wir gehen mit einer ergebnisoffenen Haltung in die Gespräche mit den Institutionen der Region. Ich bin überzeugt davon, wir brauchen eine Zusammenarbeit in der Region, die auch grenzüberschreitend ist. Wir müssen diese Zusammenarbeit stärken und gemeinsame Ziele entwickeln. Wenn wir uns an der Sache orientieren, dann wird das, so wie das die letzten 20 Jahre passiert ist, auch in den nächsten 20 Jahren eine gute Weiterentwicklung der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main geben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. – Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Dann sind wir am Ende der Aussprache. Der Antrag Tagesordnungspunkt 29 Drucks. 19 2413 geht in den W VA. Was ist mit dem Dringlichen Entschließungsantrag? Soll der Mann sofort abgestimmt werden? Kennt man ihnen anschauen? � porque plafon-rhein-Main in den Ausschusssitzungen in der Ausschusssitzung.